Achtung, Achtung! Jetzt wird's wieder heiß und fettig. Ich bin heute wieder eine Runde FIFA 20 zusammen mit MGE. Und zusammen mit den Gegnern vom letzten Mal. Sehr wahrscheinlich, ja. Ich hab mir den Namen nicht gemerkt. Alter, du checkst da haust du jemanden um. Ja, ich bin einfach nur gegengerannt. Ich muss mal keine rote Karte kassieren, dann geht das schon. Da gewinnen wir auch, meinst du? Ja, passt schon. Man muss Henderson nicht den Außen bedienen. Der ist aber schon wieder da. Oh, mir gefällt's da. Da komm ich öfter hin. Ah, fuck it. Hab ich. Oh, Meta-Man. Oh, schießt. Ah, komm mal. Noch eher. Ja. Mich hat's gewundert, dass der Angriff durchkam. Ja, klar. Oh. Dachtest schon, ey. Nur weil er den Trickstick findet. Sind die schon wieder auf superoffensiv, oder? Ja. Das ist, äh, huuuh. Höhöh. Und der Keeper. Oh, come on. Ich bin jetzt kein Mega-Experte, aber der ist weder zu Barca noch zu Dings gewechselt. Liverpool. Ja, krieg ich nicht. Da hätte man aber auch noch nachträglichen Freischlüsse geben können. Ja, kennst du ja. Alles gegen uns. Ah, es war Millimeter, oder? Scheinbar gereicht, auf jeden Fall. Bin extra nochmal rausgelaufen. Sonst wäre es wieder Absatz gewesen. Hat er vor? Hat er da jemanden gesehen, oder? Naja, die schicken doch den Ball immer so weit. Haben doch einen Keeper letztes Spiel zweimal so krass rausmanövriert dadurch. Ah. Hätte ich vielleicht fanken sollen, Erik. Na, schön abfacken. So läuft das. Ey, wie ich die Flanke nicht durchbringe. Ah, Schane. Hör mal schön ärgern. Komm. Ein bisschen B. Ich habe nicht mal B gedrückt da, Karne. Geil. Ah. Dann geht der Pass. In den Rücken. Ah. Ah. Egal. Ja, zumindest. Dann wird das mal abgebrochen. Neu sortieren. Fuck. Ja, zu viel Platz. Da bist du mit einem auf einmal rausgelaufen. Auf einmal war er fort. Er pübelt den Linienrichter an, gell? Boot. Pff. Das ist gelb. Ja. Nee. Nicht mal. Man kann nicht mal schießen. Ich habe gerade probiert. Aber geht nicht. Ah. Die Posi wäre auch ziemlich ambitioniert gewesen. Ja, aber wenn er gar nicht damit rechnet und den Keeper schon in die Mitte stellt, dann von da schießen ist, glaube ich gar nicht so schlecht. Ich erwische nicht. Ich erwische mit B nicht. Die Saison ist wirklich eine Abstiegssaison, oder? Wenn es so weiter geht. Könnte sein. Schauen wir mal. Wohlgemerkt, wir haben drei Niederlagen, ein Unentschieden besetzt in der Saison. Schon einen sensationellen Punkt, Freunde. Das ist jetzt also unser fünftes Spiel hier. Da ist die Hälfte dann durch. Jo, was macht der? Der fällt einfach hin und trifft dabei zufälligerweise den Ball. Null Druck hinter. Oh, geht doch. Ein wichtiger Moment, oder? Ja. Perfekt. Weil er oben halt noch genau aufgehoben wurde. Alter. Er flankt direkt, okay. Vor allem, dass sowas auch noch kommt. Ja. Ja. Bisschen ambitioniert. Ja, aber nur ein bisschen. Wusstest du, dass der Pass kam? Er konnte nichts gegen machen. Hallo, ich hab ihn doch. Ach, als ob er da frei tänzeln kann, wie ein Blöder. Ich spamm mit B und alle, der stolpert nicht mal. Lächerlich. Ein bisschen, ja. Da wusste ich nicht, was sollst du jetzt machen, ey. Einfach mal probiert. Ja! Jetzt zeigt er mir, wie es geht. Ja. Darauf hast du gewartet. Hups. Hups, locker. RUH! Oh, man darf das faul nicht mal sehen. Was ist das für lächerliche Scheiße. Verdienst das Wort auf jeden Fall. Ah. Der Schiri tut so, wie wenn ich ihm die Beine gebrochen hätte. Er läuft ja noch. Der Wahnsinn. Gelb hätte ich verstanden, aber Rot. Hallo, klares Rot. Hab's keiner in zwei Meinungen eigentlich. Ah, ein bisschen windig draußen. Wieder. Naja, aber nicht so schlimm. Boah, macht mal den Anstoß, Leute. Ihr seid vorn. Ihr müsst uns nicht abfacken. Jetzt wollen sie, glaube ich, so richtig abfacken. Du, da durchkommst, wusste auch jetzt keiner. Ja. Ups. Messi, unstoppable. Unstoppable. Dann kommt die Flanke sogar noch halb fix. Ja, schade. Mach nach hinten. Ja, kommt reingelaufen. Perfekt. Dann war's nicht so gut, aber okay. Ja, da wollte ich hin. Ach so, da ist keiner mehr. Wir sind... Ah, doch. Verdeigt ganz hinten, alleine. Abseits. Ja, ist auch nicht so, ne? Wo ist da noch einer? Ups. Als ob. Ja, da musst du ein bisschen eher spielen. Na, viel eher hätte ich nicht spielen können. Wow. Ja, einen Kontakt eher einfach. Ja. Ist ja egal, wenn der Pass dann nicht perfekt kommt, sondern einfach nur ankommt. Weil dann hätte ich ihn gespielt, ohne ihn wirklich zu haben. Also direkt. Ja. Muss man manchmal halt machen. Absatz? Alter, nee. Dann kriegt er den Abprall. Ja. Ist so lächerlich. Die wissen doch genauso wie mir, da geht jetzt alles rein. Die können sich auf den Kopf stellen, das geht rein. Ja. Die stehen auch auf total defensiv, 100 pro. Ja, weiß ich nicht. Da rennt jetzt erst einer vorn rum. Okay, er bekommt ihn nicht. Ach, der behält wieder den Ball. Ja, da habe ich mich abkochen lassen. Jetzt wollen sie es schön machen. Durchgesetzt. Ich habe mich schon mal gesagt, dass das hennlassen ist. Nee, hättest du zwischendurch mal erwähnen sollen. Dann schießt er. Weil du irgendwann mal schießen getrunken hast. Dann Lächerlichkeit nicht zu überbieten. Der kommt halt auch noch. Hippah. Achso. Mach ich täglich so. Immer mache ich den so. Wieso haben die im ersten Spiel nicht so gespielt? Keine Ahnung. Wir haben kurz Controller mit den großen Brüdern getauscht. Ja. Nice. Ich musste noch mal querlegen, weil das war hennlassen. Ja, dem brauchst du nicht mal schießen zu, oder? Ja, schießt ihn schon, aber... Nach dem Einkopfenwahl nicht mehr. Ich hätte halt noch zwei Meter laufen müssen, das war halt das Problem gewesen. Und dann dachte ich, oh du schießt, oh hey, das passt schon. Schön! Ja, da findet er den Trickstick einmal. Da findet er den Trickstick. Da klappt's einmal. Ja, dann nutzt er uns beide. Ist doch Wurst. Dann nehme ich die Gelbe mit. Bei unserem Glück hätte ich jetzt gedacht, jetzt wird's rot. Nein, nicht, wenn man einen Kreis rückt. Da gibt's, glaub ich, ganz selten nur rot, wenn letzter Mann ist, wirklich. Dann gibt's rot. Ansonsten hab ich da noch nie rot gesehen. Okay. Aber ein Kretschen drückt ist natürlich was anderes. Dann gibt's auch mal rot, wo eigentlich kein rot war. Ah, schade. Ach, komm. Ach, komm. Er hält drei Jahre lang den Ball noch. Ja, genau. Wo wir auch gerade bei Ball halten waren, ne? Ach, komm. Ich denke schon so, ja, irgendwann ist auch mal gut so. Zeig. Ach so. Ja, ist klar. Ey, das ist doch komplett lächerlich, wie die den Ball behalten können. Ja, das ist auf jeden Fall komisch. Man kann am Anfang nicht Viereck drücken, ist mir gerade aufgefallen. Was war Viereck nochmal? Klanke. Also, beim Anstoß. Hast du schon mal einen hohen Anstoß gesehen? Nein, ehrlich gesagt nicht. Weil bis vor... Macht auch wenig Sinn, weil kontrollierte Bälle ist ja da besser. Weil da ist ja eh kein Gegenspiel. Vor ein paar Jahren war es auch so, du musstest erst ein bisschen in die... Ja, direkt neben dir. ...gegnerische Hälfte spielen. Deswegen stand ja direkt nebendran jemand. Ja. Alter. Schön zum Gegner. Ja, wenn er durchrutscht, dann... Natürlich! Ei, ei, ei. Freunde, wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben, wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo. Schaut auch bei Gaming Ninjas vorbei. Fünf Spieler haben wir noch, wir müssen alle gewinnen. Bis dahin, Hau da rein. Ciao! Ciao!